Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's play The Legend of Zelda Link's Awakening So, ich werde jetzt, oder ich bin jetzt endlich an dem Punkt, dass Link Between Worlds fertig ist Das heißt, ich werde jetzt in Zukunft Link's Awakening in größeren, längeren Sessions aufnehmen, weil das jetzt den Fokus hat Bisher hat das Link, äh, 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 Link Between Worlds, genau Einfach, weil das halt mit höherer Wahrscheinlichkeit fertig werden würde, so Mir wurde gesagt, ich soll da nochmal was machen mit unserem süßen kleinen Date hier, dass das auch ein erfolgreiches Date wird Ich meine, och, die kleinen Turtel-Täubchen da, oh, das ist süß Genau Also, Marin, lass uns mal nach Hause gehen Das ist immerhin fast das, was wir tun wollten Oh, Geld So Jo, Süße, pass mal auf, ich gebe dir einen aus, aber ich habe nicht so viel Geld, deswegen Wie wäre es, wenn wir hier mal reingehen Ich habe, ich habe mir sagen lassen, dass sie da auch froh drüber sein wird, oder so Boah, Streu, darf ich auch mal versuchen, bitte? Ha Was? Was? Das ist ja genial Was soll denn das denn jetzt? Das ist doch gegen die Regeln Los, raus Ist das geil Als ob er es ihr jetzt verbietet Boah, du bist ja ein Arschloch, ey, lass mich zocken Gut Boah, ist das gemein Der arme, oh, also, also der böse Scheiße, das war die falsche Richtung Ich habe die falsche Taste gedrückt Oh, nein, ich glaube, das wird nichts mehr Oh, ich bin so blöd Ich habe die falsche Taste gedrückt Ich wollte nach rechts erst und dann hoch Oh, nein Nein, aber ich bin auf X gekommen Und bin dann nach oben Oh Nein, halt dein Maul Ich, ich nehme dich jetzt aus Du hast uns rausgeschmissen Ich nehme dich jetzt aus, ey Ich nehme dir jetzt dein Geld und deine Ehre Und, und deine Ehre und dein Geld Marin, Süße, ist, ist in Ordnung Aber ich muss jetzt mal kurz diesen Typen ausnehmen Der hat mir 20 Rubine genommen Und der hat es absolut nicht verdient Gut, also Hoch Easy So, ich hoffe, die fliegen jetzt nicht wieder runter Das wäre ärgerlich Dann hätte ich noch mehr Geld verballert Dann wäre es so langsam kein Gewinn mehr Als ob Als ob Komm, ey Ich will mit Gewinn aus dieser Sache rausgehen Ja, verdammt Als ob ich so weit nicht rüberkomme Boah, ey Oh Ich mache dich so pleite Arme Kinder ausnehmen Ich glaube, du spinnst ein bisschen hier Ey, du kriegst aber auch deine Fresse, Freundin Wenn ich dich erwische Nein Ja, ja Ich komme gleich wieder vorbei Los, leg dich wieder hin Du wirst so dermaßen pleite gehen Marin, Süße Es ist in Ordnung Ich muss da rein Ich muss die Pleite machen Verdammt So Ja Halt die Klappe So Diesmal ein bisschen anders In der Hoffnung, dass das gerade noch so reicht Ja, easy So Wehe, der fällt raus Oh Yes Ha Ich habe dich ausgenommen Du Penner Du hast Verlust gemacht Loser Ja, jetzt nehme ich dir deine Erde Und dein Geld Boah So Zack Kann ja nicht angehen Ey Unsere Süße hier wird rausgeschmissen Und wir gehen noch mit Verlust aus der Sache raus Nee Das machen wir ja nicht Nein Du hast nichts mehr für mich Du Loser Du kannst ja gar nichts Ey Gib mir Geld Schön So Ich hoffe, ich habe jetzt wieder so viel wie vorher Ich habe nicht geguckt, wie viel ich vorher hatte Aber 200 ist doch schon mal gut Okay, Süße Ich würde sagen Ja Bis zum Mittelpunkt Das ist ja echt süß, ey Oh Oh, sie ist so happy Hey Hundi Hey Hundi Guck mal Ich habe Marin mitgebracht Ja, ja Ist ja klar, Süße Oh Sie hat so einen Spaß Das ist ja echt süß Okay Ähm Ja Boah Nach dieser Vorstellung Grandioser Süßigkeit Das ist ein Wort Das habe ich jetzt beschlossen Ähm Nach dieser Vorstellung Grandioser Süßigkeit Wäre es vielleicht mal ganz cool Wenn wir Marin einfach mit zum Waldros nehmen Dass wir auch mal vorankommen in der Story Auf jeden Fall echt lustig Hätte ich nicht gedacht Dass sie rausgeschmissen wird Arme Maden Arme Maden Wir möchten gerne mit Marin dahin Unserer süßen Kleinen Unser Date Ich hoffe es hat dir gefallen Denn jetzt wird es Zeit Aus dem Spaß ernst zu machen Joda ist hier Marin Oh Marin Sie sind jetzt aber nicht alle happy, oder? Okay, sie sind alle genau gleich happy darüber, dass Marin hier ist Du auch? Ja Also sie sind alle mega happy Marin ist hier Kann ich verstehen Ich bin auch happy, dass sie hier ist Vor allem mit mir Schön Aber die beiden haben sich Haben das akzeptiert Okay, also die interessiert das überhaupt nicht, dass wir Marin hier haben Scheinbar ist Marin nur bei den Hasen ein absolutes Idol Und die Hasen sind dafür extra froh Du auch? Okay, nein, du möchtest ein Hibiskus Das heißt, ich muss wahrscheinlich Was habe ich gerade für ein Sammel-Item? Eine Ananas Wer will denn in dem In dem Leben hier ein Ananas? Na, nach wie vor Ich kann hier nichts Sehen Streu, tu das nicht Oh, oh Oh, sie ist sauer Hups Aber Sei nicht sauer, Marin Ich kann nämlich Äh Graben Yehey Schön Okay Ähm Wo ging es zum Wal daraus? Ich glaube hier runter, ne? Sagt er irgendwie was Besonderes Wenn wir hier jetzt Äh Mit Marin da reinrennen In das Telefonhaus Ich will das ein bisschen ausprobieren Als ob da einfach noch so ein Viech gewesen ist, ey Hey Marin Lass mal telefonieren Okay Ja, hier Ulriera In der Durstwüste, welche im Südosten der Insel liegt, wirst du immer noch das Ding finden Muss ich noch deutlicher werden Also Marin, scheinbar interessiert es denen nicht, dass wir beide jetzt auf ein Date sind Das ist ein bisschen Ja, hallo Habe ich doch hochgenommen Pah, easy Ich hab volles Leben Was habt ihr? Oh Jupp Usch So Oh, Grabeinlauf bis zum Mittelpunkt der Erde Oh, da ist es ja das Wal daraus Sollen wir es mal aufwecken? Ha Ich wusste jetzt nicht, ob das ja Links Face einfach so Schön Ich hab mal, ich hab das Richtige gemacht Du hast nur Ha Gesagt Ich wusste jetzt nicht, ob du ja oder nein meintest Also hab ich einfach mal angefangen, okay Ähm Ja, jetzt ist jetzt aber jemand munter Hihihi Oh, so lustig Hä, ich glaube, der will was von mir Vielleicht soll ich mitkommen Oh, diese Karnickel Tja, dann geh ich Jetzt bin ich nach Zodorf Komm doch später auch mal vorbei, okay Tschüss Wow, da ist nicht mal was drin, ey Kann ich diesem Karnickel Trauen? Oh, schön Sie sind alle total hin und weg vom Lied Oh, das ist ja süß Okay, jetzt aber wirklich mehr als genug Wir müssen jetzt noch ein bisschen Zumindest einen Meter oder so Müssen wir jetzt im neuen Gebiet noch machen Und zumindest die Karte zu aktivieren Ich glaube, das schaffen wir Autsch Die Durstwüste Und Karte Juh Schön Jo Hau ab Auer Oh, wie unfair Okay, hier sollte ich nicht reingehen Aber hier kann ich nochmal laufen Und wir finden hier Oh Gott, hier können wir ja Kilometer weit graben Uff Ich grab das jetzt mal auf Verdacht einfach durch Bin mir sicher, hier ist wieder irgendwo so eine Muschel Nein What Hä, warum ist denn dann dieser Rückweg hier Keine Ahnung Ich würde sagen, finden wir es heraus Aber nicht mehr in dieser Folge Sondern in der nächsten Falls es dir hier gefallen hat Würde ich mich über einen Like und einen Kommentar freuen Ebenso über ein Abo Falls ihr mir weiterverfolgen wollt Bis zur nächsten Folge Bye 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 Bye